Wir sagen, wenn wir solche Fische, es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen. Wir haben den Westen gebrochen und jetzt kommen wir nach Rumänien. Wir werden hier all die Alkoholverkultur gebrochen. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017